In der letzten Zeit, da ist viel Diskussion, auch unter Christen. Wow, die AfD, die geht ab. 19,20 Prozent. Zweitstärkste Partei. Das Video heißt, wird die AfD helfen? Werden die Grünen helfen? Wird die CDU helfen? Wer hilft denn jetzt nun unser Vaterland? Und ich sage es in Jesu Namen, die AfD wird nicht helfen, die Grünen werden nicht helfen, die CDU wird nicht helfen, die CSU nicht. Das Einzige, was hilft, ist eine Umkehr zur Heiligen Schrift, zur Bibel, eine Buße, eine Hinwendung zu der Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. Das hilft, wenn wir das in Deutschland wieder praktizieren, dass wir uns wieder vor Gott beugen, dass wir lernen, in einer Gottesfurcht zu wandeln, dass wir wieder in den Kirchen Buße und Bekehrung predigen, dass die EKD sich loslöst von diesen widerwärtigen antichristlichen Ideologien. Und da gehört die Genderideologie zu. Wer Gott bezeichnet als ein Gott ist quer, das ist eine Lästerung, eine Gotteslästerung. Und der Galaterbrief sagt ganz eindeutig, Gott lässt sich nicht lästern. Und das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Es wird nicht die AfD helfen, nicht die CDU, nicht die CSU, die FDP nicht, die SPD nicht, nicht die Linken. Es hilft nur Gott. Es hilft nur der Herr Jesus Christus, der allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ihm ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Das alleine hilft. Und das wollen wir mit Hoffnungsvoll, mit der Ruhrpott-Mission predigen, in ganz Deutschland. Und dafür werden wir bestimmt auch den Hoffnungsbus einsetzen. Und ich möchte Sie bitten, dafür zu spenden. Ich möchte Sie bitten, ja wirklich sich aufs Herz legen zu lassen, für die Arbeit von Hoffnungsvoll zu spenden, weiter für die Ruhrpott-Mission zu spenden. Wir wollen das ganze Evangelium predigen, von Norden bis zum Süden, von Süden bis zum Osten, von Osten bis im Westen. Es hilft nicht AfD, es hilft nicht CDU, CSU, es hilft nur Jesus allein. Wahre Reue und Buße, gewirkt durch den Heiligen Geist, inspiriert durch den Heiligen Geist, ist die Heilige Schrift, irrtumslos, das wahre, eilige Wort Gottes. Das allein hilft. In Jesu Namen. Amen.